hallo und action willkommen es geht noch nicht los ich habe zu früh gestartet verdammt aber wir warten noch auf leute die noch nicht da sind deswegen hier und vorsichtig stehen ich bleibe hier unten und feuerlich an ich gebe dir hauptsächlich wenn die hinter entdeckung sind aber die kommen gerade alle nur raus und laufende meine kugeln und mal scheiße hinter uns ist noch jemand mach ich mal weg der nervt oder schießt immer auf mich mich so auf mich geschossen ja du hast mich erschrocken das war super cool aus und ist echt lang verwirrt ich bin auch verwirrt oh shit shit neben mir oh nein 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 ich gehe wieder zurück deckung deckung da kommen sehr viel mehr raus als ich zuerst dachte das denke ich aufm klo auch immer auch das ist unser geschätz da oben unser geschätz sein herrchen ist tot jetzt schon spaß und ja das ist jetzt weiß ich wieder ja jetzt weiß ich es mir gerade eingefallen da habe ich ja richtig bock drauf dieser ganz kleine raum am ende aber ich sind zwei wixern ja das schaffen aber letztlich mal trotzdem wenn man die richtigen fertigkeiten und so einsetzen schaffen das auf jeden fall verwirren ja zum beispiel dass ich finde das super effektiv die man ja gar nichts mehr dann die tanz verwirrt und gegner ist gegner verdammt gegner das da ist das ein gegner das ein exklusives fass ich bin ein geschaumt er hat mich voll geschaumt das hat mich an irgendetwas erinnert ich kann nicht sagen an was dieser ich habe noch ein aber ist das super cool aus ich habe noch ein ab ja du machst das schon um andere Leute doch zu erschießen oh ne das ist so cool oh ne mehr shit hinter mir, fuck oh Gott das ist Krieg 2000 ja Teufel jetzt weißt du mit wem du dich angelegt hast die sind völlig verrückt oh Gott, oh Gott, sie haben sich die Schuhe ausgezogen und wedeln damit was macht sie jetzt für eine ob die die Bananen leer laufe gleich eine neue Wände lass die Hosen an Piu 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 völlig gaga Lady jetzt mal ganz ruhig geht doch so einfach mal hier hinstellen und hoffen dass jemand kommt da sind sie schon okay einer ist schon tot es sind nur noch 5 oder 6 ach der schießt auf dich, ich hab mich schon gewundert warum er sich nach links dreht was macht der da schon wieder hübscher Mann oh da oben oh shit ja Drohne mach Dinge ich geh mal da hoch, ich brauch noch ein paar Geschütz-Kills wo sind die Gegner, lass sie mal vorkommen ah schön, dass das für uns beide zählt oh shit was Geschütz-Kills oh 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 ja okay die anderen sehe ich von hier aus weiter nicht oh shit da kommt ein gelber ach Gott ich muss ein Stückchen weiter vor oh das ist ein schwerer Schütze bei mir ja 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 was ich hab ja auch einen ja eigentlich schon zwei aber wer zählt schon oh shit ich will ja nicht angeben oh kacke 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 ich bin gleich weg oh nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut oh oh shit Major Ashfart naja Major Arschgesicht Alter sofortige medizinische Hilfe erforderlich oh shit der hat Granaten ja jetzt nicht mehr BAM ja ich hab ihn wieder lang genug abgelenkt ja mit meinem Wecktanz was der denn unter mir wieder oh ne über hä hä what the fuck der wird mir schon wieder komplett anders angezeigt Warten nach Warten Warten nach Warten alles sauber wiederhole das Memorio ist sauber uuuuuh action übernehmen sie das innere und Henrys Leute kümmern sich um die Umgebung ich dachte schon der wär wieder da hinten rein gebackt da bin ich einfach runter gesprungen naja passiert passiert uns allen mal mal ganz geil hier drüben munition ne ach ich hab so schauf auf dem muni bin schauf auf dem muni m ja so ihr seid jetzt aber unter der Nachbarschaft Mel Phantas aber jetzt wir spielen auf euren Müttern So, los geht's, wuuu, piu 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 Ja, wir haben wieder Laserwaffe, Laserwaffe piu piu Ja, das ist auch geil, der eine hat den anderen beschützt indem er es sich vor ihn gestellt hat Ist er halt zuerst gestorben Oh Gott, einfach doch, Gott Ja, bitte Das war Verwahrung, Stift Verwahrung Alle verwirrt Immer diese verwahrten Guckt er jetzt von hinten oder was, fackt er euch Der umgeht uns, passt auf Das sieht super geil aus Oh, shit, 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 shit Ich hab's gar nicht gesehen. Ooooooh! War knapp. Genau neben mir. Ooooooh! Shit, shit, shit! Ich hör' noch Bob, Bob, Bob wie Steiner. Findet er jetzt nicht so cool, ne? Wo machen wir das hier in Amerika? America! Piu, 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 piu! Wenn du verhört bist. Angriff! Kriegsangriff! Ooooooh! Hör' auf damit! Dein Befehl muss lauten, rück zurück! Und verneigen! Vielleicht noch! Rückzug nicht ausziehen! Ah! Isak! Gibt's hier noch irgendwas zu looten? Können wir mit da looten? Hallo! Wodda looten? Oh, hier ist der geheime, geheime Raum. Mit der Tür, wo geheim draufsteht! Ja, folge einfach den Neonpfeil! Haha! Unfindbar! Hahaha! Okay! Ich hab's nicht gefunden! Es war einfach too much! Hahaha! So, warte mal, hier können wir doch rein! Ja! Ja, mit einem geheimen Schlüssel! Haha! Ich hab' immer einen geheimen Schlüssel dabei! Ja! Und geheimen Dingen, wie geheimer lila Kleidung! Und geheimen! 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 Ja! Das ist schon peinlich, wenn da was lilanes rausfällt, und dir angezeigt wird, dass es besser ist als dein ... Ja, und das ist doch wow, mein Ego komplett zerschrotet. Aber gut zum Looten ist es. Egal ob wir es schaffen oder schaffen. Ne, wir können ja hoch, ne? Oben war noch was, unten war noch was. Und das hier? Ne, oben nicht. Ne, das war nicht der Kasten. Oben war nicht? Ja, das stimmt. Ich glaube nicht. Ich bin nochmal mit dem Gesicht dagegen gelaufen, aber nein, da war nichts. Das hast du gut gemacht. Meine Spezialschüssel sind fast aufgebraucht. Oh, ich hab's bling, bling, bling. Ich hab schon lange nichts grünes mehr gefunden. Äh. Nochmal das Mase bohren. Oh, endlich der Geheimopold. Oh, ist das auch? Ja, das war auch ne Schlimmstelle. Nein, oh nein, oh nein. Ja, das ist nur checken, woher die Gegner kommen. Obwohl, eigentlich war die nur für dich schwer. Du hast die Gegner abgelenkt, ich hab mich hinter sie geschlichen und sie alle abgeknallt. Diesmal wird das wohl nichts. Ich bin gleich tot. Oh, einer kommt von hinten. Fick dich. Dich und deiner Modder. Aaaaah, so macht das Spaß. Wenn sie umfallen. Oh, da kommt was gelbes. Gnade sind sie. Ich hab erstmal ganz begeistert mit zwei Schuss auf ihn geschossen. Und da wirst du klar warten. Euphorie weg. Der ist einfach nur die ganze Zeit am hin und her rennen, da ich schon die Granaten zu ihm werfe. Wie du denn? Hey? Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Ääääääääää... Ich hab ein Geschütz. ok der gelbe ist dann hier soll man hinten hinkommen was ist das schlagmann oh gott das war ein gegner das warst du gar nicht rechts von dir das ist jetzt ja was steckt ich hinter dem roten fass ja da bin ich dann auch sicher wenn ich dich belebe ich wollte spielen ich wollte zu viel ich wollte sie in die luft sprengen mit einem roten fass zu hülfe zu hülfe die geheimnisse schlüssel die geheimnis looter die milf looter erst mal richtig rein looten ich habe genug schlüssel ja ich auch da ist doch was dabei denke ich ich gehe noch mal in die kiste weil ich ja schon die maximale munition habe nur noch mal sicher gehen so warte mal wie können wir uns denn am besten hier positionieren dass wir hier alles du musst schon früher anfangen zu reden der hämmer an die eier wir haben doch eine strategie helfe aber die eier ich gehe jetzt runter und drehe den hallen in die eier hihihi BAM hey das sag ich meiner Papa ja zeig mir doch deine Mutter BAM oh set 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 das ist geschützt da kommt einer im Nahkampf auf mich zu? ah ok das hat sich wohl erledigt los geht oh noch mehr ähm und zwar dick gelb also oh shit das ist super cool wie du die mit Granaten die versuchen ja immer zu fliehen kannst du die super lenken wenn man mal dran denkt zumindest oh hier stehen sie hier verstecken sie sich die kleinen los mit voll voll mies hingerichtet ey hört ihr mich lachen ah ah ich glaube nicht dass wir die guten sind ich fühle mich nicht gut wir haben die gerade übelst abgeschlachtet keine weiteren Mörser mehr kriegen ja voll clever das find ich jetzt nicht so nett ist ja noch ne Kitzel für Granaten ah da ne 1 2 3 ja ja und das war auch ne schwerere Stelle ne ziemlich schwere sogar ich glaube jetzt einfach jemand stehen ich nehm die schonmal alle ins Visier und dann raketen raketen ja mit dem richtigen Einsatz der Fertigkeiten ist das alles kein Problem zumindest die erste Welle da kommt der andere Scheiße da musst du aus der Decke raus ja lass uns erstmal die Stürmer hier kalt machen und die kleinen nein der kommt um die Decke uuuuuh auch längs, 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 längs oh scheiße oh kacke ich sitze in der Falle das ist nicht gut das ist gar nicht gut oh kacke oh kacke oh kacke wo soll ich hin, wo soll ich hin sie kommen zu mir durch gerade wenns geht ja, 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 ja ich hab die kleinen ausgeschaltet hier sind wir erstmal sicher oh kacke ich brauch unbedingt scheißes Geschütz von dem ja ich kanns nochmal ausschalten mit einer EMP oh kacke oh kacke oh kacke ok oh er ist ervert, er ist ervert yo, vollgas oh nein, oh 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 wo rollt ihr euch alle da rum was macht ihr da für der Scheiße ich bedauern da kommt noch was beeil dich, oder lauf ach, ich nehm erstes ach, ich nehm erstes so scheiß, rechts und kleiner rum kleine Spezialmunition, das ist er schwul heavy, Spezialmunition liegt da auf da hier, bei mir hey, der belebt die wieder, hör auf damit was soll die Scheiße siehst du was ich mit belebten Leuten mache hä, hä hast ich nicht so geload, hä oh scheiße, er lebt immer noch ich hatte ne große Fresse hmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMinn I think I like that in the mess so, ist ein Schütz geloadzt Wenn mein in die Kacken-Ding jetzt mal wegfliegt, passt aus gut. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ich habe ihn ganz zurück gedrängt. Ja, ja, ja. Aus. Er tanzt. Ja, tanz. Warte, ich hole die noch mal da raus mit der Granate. Achso, ich habe gar keine mehr. Ups. Ja, die war zu kurz. Sie. Ja, kommt noch mehr. Ohoho, weg hier. Sie filmen. Oh fuck, die kommen aber extrem auf uns zu. Oh kacke, Zielbewegung. Nein, 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 nein. Nicht kleben, nicht kleben, nicht kleben. der gelbe kommt ich bin ich gut ich bin nicht tot ich bin nicht tot oh gott scheiß major kese Ah, ich lieg jetzt hier rum. Ah, da liegt er. So, rum. Oh, fuck! Alter! Nein, Schrotflinte. Oh, noch besser. Oh, da kommt er auf sich zu. Ein Flapwerfer. Oh, je. Oh, je. Das sieht nicht gut aus. Das sieht super aus. Ich will hier nichts hören. Ich schaff die. Oh, je. Ich feier dich an. Mit so Dingen wie Oh, je. Und nein, lauf besser weg. Und oh, man. Oh, Gott. Ich hab's auch gesagt. Oh, nein, nein, nein. Ja. Oh, diese Wichser, Alter. Oh, seine Modder weggeknallt haben wir sie jetzt. Ja, oh. Oh, dieser Wotersälte. Ja. Alter, der kann ja rennen. was explodiert denn hier alles ich habe ihm alles entgegen geworfen was ich hatte jetzt ist er da und jetzt zünde ich nur an in die eier ja 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 mit der und ich habe es auch fehler die ganze zeit ja das ist hier hinten gibt es glaube ich noch mal spezial moni die nämlich immer mit das habe ich wieder gut gemacht alleine ich muss ich gehe zum haus ohne mühe ohne scale erst mal kurz was zu trinken eingießen hier ich bin ganz ausgetrocknet es war so heiß hat war wegen der mühe los 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 ja mr mann weihnacht weihnachtsmann frau kodename nikolaus jetzt stehe ich auf die anspielung mit dem dicken sack heute haben wir der infrastruktur der tieflag verpasst wir haben es geschafft ich bin stolz auf uns das lief doch ziemlich gut es gab eine pistole blitz ableiter benahmte pistole m60 projekt beendet und noch eine feldexpertise wunderbar wunderbar das war doch wieder eine ganze länge action ich muss das spiel gleich neu starten das wird dann auch eine ganze menge action neustart bis zum nächsten mal tschau